Die schönsten Geschichten präsentiert Familie Lacky Laternenumzug St. Martin Viel Spaß an dem Mietungskosten und Like dieses Video. Peter, denke daran, morgen Abend ist der Laternenumzug vom Kindergarten. Ach wirklich? Schon wieder? Wie die Zeit doch vergeht. Mama, Mama, ich möchte Laternenumzug. Wir haben ja noch die Laternen vom letzten Jahr. Ich werde sie mal herholen. Laternenzug, Laternenzug. Denkt ihr nicht, wir sollten neue Laternen haben? Ich habe ja eine Idee. Wir bauen uns ganz neu aus Papier. Die Grenzen brennen, aber wenn man aufpasst, passiert nichts. Ich zeige euch, wie das geht. Erstmal nehmen wir so kleine Karten für Weihnachten. Eine Lichterkette, Stäbchen, Schere. Die habe ich jetzt vorsichtig abgemacht, die Karten. Da habe ich Draht und dann habe ich die Stäbchen in der richtigen Größe zerbrochen. Und dann muss man das Ganze zusammenkleben. Erstmal das Draht dazwischen. Und dann die Laternen dranhängen. Und schon ist es fertig. Wow, die Laternen sind echt super geworden. Toll gemacht. Ja, die sehen ganz gut aus. Die werden bestimmt toll leuchten. Dann kann es morgen ja losgehen. Ich freue mich schon. So, da sind wir. Bitterkeit draußen. Gleich wird es dunkel. Schau mal, Peter. Andere Kinder haben auch ganz tolle Laternen. Ja, genau. Besonders toll finde ich die vom älteren Herrn. Mit dem Weihnachtsmann dort drüben. Hallo, Felix. Deine Laterne sieht aber auch toll aus. Deine auch, Hanna. Ich glaube, es geht los. Komm, lass uns rausgehen. Oh, mir ist jetzt schon kalt. Muss ich? Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben soll ich mich stehen. Und um, meine Laterne mit mir. Der Hahn, der Fried, die Katze. Ja, ab in ihrer Band, hör ein Bum, 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 Bum. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben wach ich mich gerne. Und unten leuchte mir. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und unten leuchte mir. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und unten leuchte mir. Wie schön, dass wir, wenn jeder singt. Ab in ihrer Band, hör ein Bum, Bum, Bum. Yvonne, sowas Schönes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Siehst du, um, du wurdest gar nicht mit. Aber kalt ist mir immer noch. Was riecht denn das hier so komisch? Irgendwie riecht es hier nach Feuer. Warum ist mir denn gerade so warm? Komisch. Irgendwie riecht das hier nach Feuer. Hm, wo kommt denn das her? Achtung, die Laterne brennt. Achtung, ihre Laterne. Oh mein Gott, meine Laterne brennt. Kinder, in Sicherheit. Die Laterne brennt. Oh, wie kriege ich die denn gelöscht? Helfen Sie mir, helfen Sie mir. Ist Ihnen noch nichts passiert? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ist alles in Ordnung. Nur die Laterne hat es zerstört. Aber sonst geht's. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gibt es einen Daumen nach oben und abonniert mich kostenlos. Und daneben drückt ihr einfach diese Glocke und dann verpasst ihr einfach kein Video mehr. Das wäre richtig cool. Eine Frage. Was für eine Laterne hattet ihr eigentlich? Oder habt ihr? Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wir würden uns riesig freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Familie Nacki. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020